Wir müssen gerade in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mehr um Geduld und um Verständnis bitten für unsere Entscheidung, als das in den vergangenen Wochen der Fall gewesen ist. Warum? Weil natürlich die Not zum Beispiel im Bereich der Wirtschaft fast überall groß ist. Jede Branche sich fragt, wann kriege ich die Chance, die ich brauche, um wieder erfolgreich arbeiten zu können. Das verstehe ich absolut. Ich bitte nur um Verständnis dafür, dass wir wirklich keine sinnvolle Alternative zu diesem Testweisen-Vorgehen haben, das wir immer wieder begründen müssen und wo wir gelegentlich auch sagen müssen, Entschuldigung, das ist jetzt eine Entscheidung, für die hatten wir unsere Gründe. Es tut uns leid, aber wir glauben, wir wissen sehr genau, was wir tun.